hi leute ich begrüße euch hier auf weibers meerwasser zu einem neuen video und heute geht es sich um die kosten kosten in der anschaffung kosten im unterhalt das ist das was wir beides im auge behalten müssen das eine ist erstmal sehr hoch das andere ist ab und zu dann dann doch mal erschreckend wenn man dann doch sieht ja verdammt ich brauche so viel geld dann noch im nachhinein was ich noch reinstecken muss das sind so sachen die ich euch hier mal in diesem video so ein kleines bisschen näher bringen wollte und will ich habe hier zwei kosten aufstellung die ich angefragt ich habe und an und habe anfertigen lassen einmal von meinem becken und einmal von dem becken vom patrick hoff vom patz reef einfach nur jetzt erstmal das material um überhaupt anfangen zu können weil wir haben im endeffekt die problematik dass sachen in der meerwasser aquaristik meistens sehr teuer sind warum sind sie so teuer ja und die meerwasser aquaristik ist nun mal nicht so stark verbreitet die mengen sind gering die stückzahlen sind geringer als wie ich sag jetzt meine süßwasser aquaristik und aufgrund der tatsache sind natürlich dann dementsprechend auch die preise für die produkte sehr viel höher als wie beim süßwasser wobei man in beiden zweigen auch sehr viel geld versenken kann wie ich jetzt gleich auch definitiv hier zwischen zwei verschiedenen becken euch mehr oder weniger zeigen werde ja ich versuche es mir mal bequält zu machen mal gucken ob die kamera mir vollkommen kommt ja wohl schön brav gut ja ihr merkt ich arbeite gerade wieder mit dem neuen kamerasystem und ja fangen wir da mal an ich habe das ganze hier mehr oder weniger aufgegliedert in die hardware die erstmal notwendig ist um das becken überhaupt zu haben dann habe ich mess- und regeltechnik wasseraufbereitung und zum schluss wassertests und das gestein weil das gestein ist für mich noch keinen punkt wo leben drin ist im endeffekt alles andere an korallen an fischen an besatz habe ich nicht mit aufgenommen weil es recht schwierig zu beziffern ist und das ist dann noch mal das sahnehäubchen auf den hier unten angegebenen betrag den ich euch nachher einblenden werde der dann natürlich zu buche schlägt ja als allererstes brauchen wir natürlich das aquarium ist schlechthin was ich hier habe ist ein acrylbecken der firma new wave was ich habe anfertigen lassen das heißt ich habe bin da mit einer vorstellung hin und habe gesagt ich hätte gerne channel wie können wir das am besten machen ich wollte nach möglichkeit überhaupt keinen rand haben aber das geht bei acryl nicht was ich allerdings überhaupt nicht wollte ist ein stützsteg in der mitte das ist hier auch verwirklicht worden aber nur aufgrund der tatsache dass das becken nicht so hoch ist dass wir hier nur 45er höhe haben somit ist der wasserdruck nicht so groß und von daher konnte man auf die entsprechenden auf den entsprechenden mittelsteg verzichten ja becken und oben die entsprechende abdeckung die ich mit drauf habe lag dann so ungefähr bei 3500 euro als selbst abholer muss ich dazu sagen weil der versand der becken kostet ja auch dementsprechend das geht mit speditionen raus das sind auch noch mal extra kosten ich selber wohne hier 40 kilometer von new wave entfernt und habe gesagt komm ich hole mir ein anhänger und dann transportiere ich das becken auf eigenes risiko und auf eigene ja auf eigene gefahr und war mir auch am liebsten so konnte ich das direkt vor ort nochmal begutachten passt also gut also dreieinhalbtausend euro das nur das objekt hier oben dann braucht man natürlich was um den das becken drauf zu stellen das ist dann der unterschrank mit der siebdruckplatte hier die siebdruckplatte habe ich mir zuschneiden lassen die war tatsächlich im angebot da konnte ich eine etwas dünnere nehmen das sind glaube ich blende ich euch ein ist recht dünn habe ich jetzt nicht im kopf da hatte ich glück gehabt tatsächlich zu dem zeitpunkt da war die ich glaube bei obi war es die hatten die im angebot und konnten die mir genau zuschneiden so wie es brauchte dann hier das alugestell da habe ich auch ein spezielleres profil genommen als wie den standard und da bin ich hingegangen und habe eine 60er höhe und eine 30er breite genommen also ja sieht man jetzt hier nicht kann man sich einblenden blende ich euch ein die breite sind 30 und die höhe 60 das habe ich gemacht damit ich hier die felder relativ groß lassen kann und nicht so viele quer streben habe also sprich der der alu rahmen und siebdruckplatte liegen dann so bei knapp 500 euro also sind wir allein schon knapp bei 4000 euro nur unterschrank nacktes gestell ohne innenausbau und das aquarium so dann haben wir die verkleidung die kennt ihr ja von mir die die schöne weiße da hinten die platten liegen dann auch noch 123 platten bei ungefähr 250 euro ja und dann kommen wir zu dem was richtig tatsächlich noch mal ins geld gegangen ist und wo ich auch ein kleines bisschen zu ausholen muss zu den lampen ja die lampen sind tatsächlich in meinen augen momentan das a und o am markt das sind die effektivsten lampen die tatsächlich momentan am markt sind ich habe eine extrem hohe lichtausbeute bei sehr geringem stromeinsatz hier über diesen becken hängen jetzt dreimal die variante 153 153 bedeutet dass es sind 153 led jede led hat ein einzelreflektor und aufgrund dieser tatsache kann oder können die lampen mit weniger strom arbeiten bringen aber das gleiche licht raus oder sogar mehr licht raus und haben noch dazu im endeffekt den vorteil dass sie komplett passiv gekühlt werden wir haben keine lüfter verbaut oder ähnliches die dann hier noch randale machen können oder verdrecken können und ja diese lampen sind ja wie gesagt in meinen augen momentan das non plus ultra und liegen tatsächlich in der anschaffung pro stück im moment bei 1290 euro in der baugröße so damals habe als ich die angeschafft habe waren das noch 3600 euro dann kann die preissteigerung also sind wir jetzt round about pi mal down bei 3900 euro beziehungsweise bei 3870 ist verdammt viel geld hat aber auch den vorteil dass diese lampen nach ihrer bauart und nach ihrer betriebsart wahrscheinlich sehr sehr lange laufen werden also eine normale led wird behauptet die im high power bereich arbeitet und extra gekühlt werden muss liegt so ungefähr zwischen drei und fünf jahre je nach einsatz diese leds sie werden definitiv sehr viel länger halten gibt es natürlich noch keine langzeitstudien darüber aber aufgrund der technischen spezifikation weil es nicht hier auch 5 watt high power leds verbaut die werden aber nur mit maximal 1,8 oder 2 watt bestromt also vollkommen witzfrei von der menge her heißt im endeffekt die halten sehr viel länger und ja deshalb bin ich hingegangen habe gesagt ich habe keinen bock mehr darauf mir jeden tag neu jedes jahr neue röhren zu holen zudem sind die hybrid lampen zwar auch von den sachen mal einsatz bereich her das absolute high end was 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 es überhaupt gibt in meinen meinen augen weil darunter kann man alles halten und das ist jetzt hier mit den ati leds in meinen augen zu ich sag mal 98 prozent definitiv auch möglich man kann tatsächlich hingehen und sich die lampen so einstellen dass sie tatsächlich einem spektrum einer t5 bzw einer hybrid lampe entsprechen und ja einmal gekauft und das thema sollte dann auf lange lange sicht erst mal durch sein zudem hatte ich ja hier vorher eine hybrid lampe drauf hat alles wunderbar funktioniert war ich auch äußerst zufrieden mit wo ich nicht mit zufrieden war ist tatsächlich der stromverbrauch gewesen weil die hybrid lampe knallte hier mit 540 watt auf meinem 1 meter und 50 reefer und ich habe jetzt hier drei von den ati straton pro baugröße 153 drauf es werden auch zwei 202 er gegangen und ich habe hier einen gesamt stromeintrag im moment von lasst mich nicht lügen 240 watt ich rechne es noch mal nach und blende es ein 240 250 watt also weitaus weniger mehr wie die hälfte weniger als wie vorher mit der hybrid aber tatsächlich der gleiche lichteintrag von der menge von der intensität her und das ist ein ganz ganz großer batzen an meiner stromrechnung neben den anderen modifikationen wo wir gleich noch zu kommen ja lange gerede kurzer sinn teure lampe aber sie hat auch dementsprechend ihre extremen vorteile und deshalb habe ich mir dann auch mehr oder weniger in den hintern getreten und gesagt okay komm jetzt investierte da drin weil auf lange sicht gesehen wird sich das wahrscheinlich in meinen augen rentieren ich habe eine formschöne dünne lampe so dünn gibt es ja am markt eigentlich keine und zudem ist sie noch stromsparend vorher der dicke hybrid klotz da drauf der hat wärme eingetragen das tut die hier auch nicht mehr etc pp alles vorteile warum ich diese 3600 euro beziehungsweise jetzt 3900 euro in die hand genommen habe so jemand etage tiefer ich gucke mal ob die kamera mich verfolgt ob sie mitkommt damit war das ganze hier unten genau ich setze mich mal hier auf dem boden in schneidersitz und wir kommen hier zum technikbereich im technikbereich seht ihr die easybox 100 von aquabi kurve beziehungsweise von kurve vertrieben in deutschland durch aquabi und den internal 200 von aquabi das sind zwei investitionen die auch noch mal gut zu buche geschlagen haben aber in meinen augen sich definitiv gelohnt haben die box kann ich pauschal sagen ist funktional gefällt mir hat eine gute aufteilung habe ich mir jetzt tatsächlich hier unten rein gesetzt unter anderem natürlich auch so ein kleines bisschen für die optik und hätte sich jetzt sagen können okay man kann sich ja auch hier von royal einsetzen lassen würde ich sagen kommt royal mit preistechnisch nicht ganz dran die box hier die easybox 100 also sprich ein meter liegt bei 950 euro so fertig wie sie jetzt hier steht mit den deckeln der ausschnitt hier und die verschiedenen einrichtungen entsprechendes video kann ich euch noch einmal zu einblenden hatte ich auch am anfang des projekts schon mal was drüber gesagt ja dann habe ich hier von aquabi den internal 200 covi 200 dc warum den das ist ja nichts größerer zu dem 160er der hat ich sage mal mehr leistungsreserven ist auch ein gerät was im endeffekt beides gut zu buche geschlagen hat aber im endeffekt mir ja kummer und sorgen bereitet ich habe den den red c gehabt da hatte ich hier und da problem probleme gehabt dann hatte ich den aquamedic gehabt der hat auch gut funktioniert aber passt jetzt hier nicht so ins bild und noch verschiedene andere h und s etc pp tatsächlich muss ich sagen wenn man dann einmal geld in die hand genommen hat und entweder aquabi oder einen royal sicherer reinsetzt dann weiß man auch okay das hat sich definitiv gelohnt wenn ich mir das jetzt hier mal so angucke entschuldigung was er mir jetzt raus holt ist natürlich extrem und von daher kostenpunkt für die box lasst mich nicht lügen bevor ich euch hier an sind momentan glaube ich bei erstellung des videos 950 euro und der abschammer hat auch nochmal um die 900 euro gekostet 899 liegt da glaube ich preise wie gesagt habe ich hier und da abgegriffen es kann sein dass natürlich die die ein oder andere sache etwas günstiger ist so gehen wir weiter was habe ich noch verbaut da hinten ist der aquamedic helix 2.0 in der größe 36 watt die liegt bei 160 euro dann haben wir natürlich hier noch drin die verrohrung die ich mir bei royal exklusiv bestellt habe weil ich die rot weiß optik hier haben wollte okay so range aber orange steht mir recht schlecht also bin ich auf die rot weiß optik gegangen plus silikonschläuche und allem schnick und schnack lagen wir da dann auch mal eben noch mal kurz bei 360 euro okay das geht auch günstiger wenn man es aber optisch hübsch haben möchte dann sollte man ja das dann dementsprechend investieren so dann kommt dann der innenausbau also sprich die grundplatte das was darunter ist die ausbauplatte hinten die die entsprechende platte die ganzen schrauben die notwendig waren und das alles miteinander zu verbinden das hat dann auch noch mal mit 250 euro zu buche geschlagen und dann kommen wir hinten zu dem bereich elektrik da haben wir einmal die schaltleiste die ihr da nicht seht wir gehen das mal hier ein bisschen weiter rüber genau in die mitte da haben wir hier einmal diese schaltleiste die auf der rückseite das blende ich euch und dann jetzt gleich noch mal ein meine drei steckdosen versorgt die oberen drei knöpfe sind die entsprechenden steckdosen und da hängt meine usv dran und die elektrik in der hinsicht hat mich so um die lasst mich nicht lügen ich hab's doch aufgeschrieben auch noch mal 250 euro circa gekostet es gibt da natürlich auch andere varianten der usv es gibt andere varianten der schaltsteckdosen etc von daher wie gesagt sind das hier nur preise die ich jetzt hierfür ausgegeben habe nicht die ihr da draußen auch ausgeben müsst damit ihr genau das hier auch so kriegt also es kann natürlich auch günstiger sein so dann haben wir noch habe ich noch ein reinigungsmagneten hier stehen genau jetzt geht noch mal ein stück zurück dann ist hier der aqua bicove jener welcher her der und die entsprechende watte die ihr hier seht die dafür ist dass ich dann auch von außen über das aquarium gehen kann ohne dass mir die scheiben verkratzen das liegt dann auch noch mal bei 120 euro der entsprechende magnet das ist die m variante bis glaube ich 19 millimeter stärke braucht ihr weil ansonsten fällt ja beim reinigen ab so und dann haben wir noch den 300 watt die tarnheizstab der hier unten drin ist der liegt dann auch noch mal bei 40 euro das wären jetzt so roundabout der bereich aquarium so wie er jetzt hier im endeffekt steht ohne die mess und regel technik hier dazu kommen wir jetzt jetzt kommen wir hier zur mess und regel technik von refactory die ich hier eingesetzt habe ihr seht es ist einiges wir haben den kh keeper wir haben die x3 wir haben die thermocontrol wir haben den salinity guardian der gerade alarm schlägt weil da wahrscheinlich wieder ein seesternchen sich dazwischen gesetzt hat den level keeper und was hier nicht zu sehen ist die thermocontrol da haben wir dann auch einen entsprechenden gesamtbetrag den ich euch mit einblenden werde was natürlich auch ich sag mal jetzt extrem zu buche schlägt hat mir aber tatsächlich hier und da den hintern gerettet also über den kh keeper oder generell über ein kh messgerät bin ich definitiv sehr zufrieden weil ich tatsächlich schwankungen ohne probleme sehen konnte und das hat mir in den einfahrphasen ziemlich den hintern gerettet und mein korallenbestand im prinzip gerettet und das ist der grund warum ich das ganze noch einsetze und weiterhin einsetze und auch weiterhin einsetzen würde egal von welcher firma weil die die problematik ist im endeffekt ich weiß jetzt wie viel schwankungen es geben kann und es ist wirklich sehr sehr hilfreich aus der entfernung gegebenenfalls auf sowas reagieren zu können oder zu sehen okay ich habe dem gerät entsprechende parameter gegeben und von daher konnte es eingreifen und konnte mir meinen zumindest in meinen kh wert da halten wo es wohin gehört ob das jetzt mit dem phosphat irgendwann demnächst mal vernünftig machbar ist werden mal sehen ist aber jetzt hier nicht thema der sache ja was ihr dann hier auch noch seht ist die ocean motion steuerung für meine beiden ocean motion oben links und rechts und da hinten hängt eine smart drift dran da hing auch mal das smart drift dran da hängt jetzt eine tunse 60 55 dran warum aus dem ganz einfachen grund weil ich zu ja weil ich nicht aufgepasst habe bei der installation da hatte ich ein kabel falsch angebracht beziehungsweise nicht den entsprechend großen weiten bogen dran gemacht damit an der stelle kein kabelbruch entsteht und da ist ein kabelbruch entstanden direkt an der pumpe war meine schuld deshalb ist da jetzt nur 60 55 dran die hatte ich noch da brauchte ich mir jetzt nichts extra neues kaufen aber zum damals bei der anschaffung war die ocean motion um die 400 also sprich der controller die beiden steuereinheiten und dann tatsächlich die aufnahmen für die pumpen weiter geht es im text nachdem wir jetzt fast den unteren abschnitt komplett abgefrühstückt haben kommen wir zum thema wasseraufbereitung und da wisst ihr ja da habe ich momentan im test und in arbeit die mai acker 1900 ist eine sehr gute anlage bei mir gab es einen kleinen gab es kleine probleme allerdings nicht mit der anlage selber sondern wahrscheinlich wahrscheinlich mit meinem wasserdruck und zwar war der zu hoch so ich werde die anlage jetzt in nächster zeit wieder kriegen werden druckminderer einbauen und hoffe dass die anlage dann im endeffekt das rausbringt was sie tatsächlich bringen soll also bei arca selber war sie tatsächlich auf dem prüfstand und hat das geleistet was sie leisten soll und ja wenn ich dann jetzt hier ein druckminderer einbaue weil kann ich euch kurz einblenden hier noch von der anlage von aquamedic die ich habe da ist ein manometer dran und ich habe tatsächlich fast fünf bar wasserdruck und der eingangs wasserdruck von der my aqua liegt bei vier bar maximal und ich vermute mal dass es daran lag dass deshalb nicht so viel rausgekommen ist muss ich jetzt nicht verstehen werden wir testen werde ich aber definitiv noch darüber berichten ja aber nichtsdestotrotz die anlage ist genial die macht ihre arbeit die hat ein gutes abwasser verhältnis und aufgrund der menge der an was da hinten rauskommt also bis zu 1900 liter am tag das sind dann in der minute ich sag jetzt mal um die 1,3 liter ungefähr maximal was sie kann müssen wir natürlich auch noch ein entsprechendes reinigungssystem für den rest rausholen weil die anlage holt nicht alles raus ist bei der geschwindigkeit fast nicht möglich also die kommt ziemlich weit runter ich glaube ich habe sie teilweise bis auf einen tds wert von fünf gehabt ist aber immer noch fünf zu viel weil da sind immer dann noch sachen salze drin gelöst die das tds angezeigt hat und silikat ist wahrscheinlich dann auch nicht hundertprozentig raus also lange rede kurzer sinn es muss ein zusatzfilter dahinter arka hat jetzt einen im angebot ich habe bei mir verbaut den aqua light big blue big blue nennt er sich ist im prinzip fast baugleich halt bloß anders von der optik her der von arka ist weiß der big blue ist blau inhalt ist das gleiche vier liter harz nehmen beide geräte auf und das muss da natürlich auch mit berechnet werden das harz kostet so um die 40 bis 60 euro je nachdem wo man kauft der multifilter für mich der big blue hat mich knapp 100 euro gekostet weil da kamen noch zusätzliche stücke drauf die man selber verkleben musste so dann brauchen wir natürlich für die wasseraufbereitung tonnen ich habe da unten insgesamt glaube ich vier zweimal 50 liter einmal 60 liter einmal 70 liter na das habe ich jetzt hier mit 100 euro zu buche schlagen lassen und damit wir natürlich das wasser hier überhaupt einbringen können in unser aquarium brauchen wir unser salz bei mir absolute ocean von ati und auf die gesamtmenge hier gerechnet brauchen wir für die anschaffung für den ist für die erste betriebnahme 104 euro anzahl der einheiten blende ich euch mal eben kurz ein habe ich jetzt nicht im kopf habe ich auch nicht aufgeschrieben was auch noch wichtig ist das ist natürlich damit wir unsere dosierpumpe da unten bestücken können unsere kalkhaushaltversorgung bei mir wie ihr wisst ati essentials und im moment in der doppel anwendung essentials und essentials plus warum weil ich relativ viele nährstoffe habe ich setze momentan futter ein hier hier einmal die variante und dieses futter ist extrem gehaltvoll muss ich jetzt mal so feststellen also man muss mit den gaben schon ein bisschen handeln beziehungsweise aufpassen es wird extrem viel nährstoff ins becken eingetragen da bin ich jetzt gerade mit am rumexperimentieren gleichzeitig bin ich jetzt noch das nutron c am dosieren hier im moment noch von hand kommt aber dann später also wir brauchen die essentials die essentials in den 10 10 10 liter variante essentials plus 10 liter kanister variante liegt das ganze so bei 80 euro und dann gibt es auch noch die kleinere varianten blende ich euch den preis mit ein und dann natürlich die nährstoffversorgung fürs becken nutzion n c und p wenn ich das becken starten will und ja das wäre dann der bereich wasser aufbereitung bei mir entsprechender endpreis für das was ich momentan einsetze blende ich euch mit ein und damit wir auch wissen wissen was wir tun müssen wir das wasser natürlich noch testen so da habe ich jetzt im endeffekt die kategorie wassertests aufgeführt ist der phosphat kh kalzium das refrag das nitrat und das sind erst mal die tests die wir die ich tatsächlich am anfang nutze und die auch mittlerweile sich etabliert haben ich habe natürlich noch magnesium test ich habe auch natürlich noch ammonium ammoniak ist aber in meinen augen mittlerweile tatsächlich nicht mehr nötig beim magnesium können wir uns darüber streiten habe ich neulich noch gemessen das erste mal seit vier monaten wieder 1290 waren es glaube ich die ich gemessen habe hat also ungefähr gepasst ich glaube ich muss das noch mal nachlesen wo es hin sollte der hannah liegt bei 70 der kh test den ich habe das ist ja von ati der sich ist aber nachfüllbar das heißt die nachfüll packs die kosten dann nur die hälfte kalzium habe ich auch noch von ati gleiches spiel das refrag ist ein ganz einfaches refrag von atc kein großartiges markenprodukt muss in meinen augen gar nicht sein da die geräte tatsächlich ich sag mal durch eine referenz flüssigkeit kalibriert werden sollten vor dem einsatz so wie ich es im endeffekt auch jedes mal mache muss man nichts sich nichts teures kaufen also das refrag was ich hier habe das ist wie gesagt eins von atc hat damals um die 25 oder 30 euro gekostet dann haben wir noch den salifernitat test der im prinzip da ist um zu schauen habe ich zu viel stickstoff eingebracht oder nicht ja was haben wir denn da noch pufferlösung genau pufferlösung und reagenz beziehungsweise eine referenz die 1,5 liter flasche hier von ati für kh kalium und kalzium was alles sonst noch drin ist liegt glaube ich bei 15 euro und dann brauchen wir natürlich noch die pufferlösung zusätzlich hier unten damit ich meine meinen kh keeper mehrmals dann tatsächlich kalibrieren kann was ich übrigens tatsächlich momentan seit vier monaten nicht gemacht habe und er zeigt immer noch das gleiche an also sprich zeigt immer noch exakt an die pumpen sind noch nicht nach kalibriert der die sonde ist noch nicht nach kalibriert das einzige was ich tatsächlich mache ist jede woche einmal hingehen das glas sauber machen die sonde sauber machen und dann zeigt er mir tatsächlich wieder das an was ich auch mit meinem referenzüberprüften kh test von ati im endeffekt im becken gemessen habe daran halte ich mich so ja alles in allem kommt dann noch der kleber dazu der dann für das zusammenkleben des riffs ist ihr wisst ich nehme nach sekundenkleber aus im netz bis jetzt habe ich ihn bei ebay bestellt das waren im prinzip recht günstig im vergleich zu dem was ich sag jetzt mal die aquaristik firmen anbieten ich will jetzt nicht verteufeln das zeug funktioniert auf jeden fall was angeboten wird von arca aquamedic et cetera aber man kriegt es tatsächlich günstiger und was ich jetzt auch hatte war hier doch ein den ich tatsächlich empfehlen kann ist aber tatsächlich doppelt so teuer wie das was ich benutze sind hier von von max spekt das sind so kleine fünf gramm tübchen kann man in einem großen behälter mit 20 oder 30 stück kaufen das zeug ist tatsächlich sehr viel besser als wie das was ich was ich bei ebay mir organisiert habe aus dem grund einmal die tübchen verkleben nicht um und zum zweiten die portionsgrößen sind besser das heißt also die wenn ich eine 20 gramm tübe habe die kann schon mal schnell kaputt gehen beziehungsweise sich verkleben oder zugehen und nicht mehr gebrauchsfähig sein als wie so ein kleines fünf gramm tübchen also es ist für und wieder was man einsetzen möchte ich schwöre auf sekundenkleber ich klebe damit alles das gesamte rift so wie ihr es hier seht die korallen sind alle mit sekundenkleber verklebt natürlich die weichkorallen sind selber drüber gewachsen die habe ich nicht mit sekundenkleber verklebt womit wir dann auch schon beim letzten punkt werden nämlich beim eporief ich wurde schon immer gefragt wie viel kilo hast du denn da drin und wie zwei jahren das ist jetzt zwei jahre fast her den reset am reefer gemacht habe sind 18 kilo habe ich mir gekauft beim norbert und habe da damals 360 euro für gegeben so jetzt habe ich hier tatsächlich ein bisschen weniger drin nämlich exakt einen brücken stein ne einen grundstein weniger der liegt hier unten drin in meinem filter bereich und dann würde ich jetzt mal sagen ich habe so ungefähr ja sag mal 16 17 kilo hier drin kostenpunkt damals 360 euro heute liegt es ein bisschen mehr lieben bei 460 euro ungefähr die preise steigen stetig die anfrage beim norbert ist sind auch im prinzip gigantisch die wachzeiten sind etwas länger von daher wenn ihr Material haben wollt was ich tatsächlich nicht mehr missen will weil es nämlich wirklich extrem geil ist müsst ihr leider gottes ein paar wartezeiten rechnen ja alles in allem ist das ist erstmal das was ich jetzt hier verbaut habe und was ich erklären konnte und ja ich vermute mal ihr habt so im kopf so ungefähr mit gerechnet aber es ist tatsächlich eine fünfstellige summe und es liegt tatsächlich bei 15.570 euro in der anschaffung bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.